Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Batman. Das Videospiel in diesem Part starten wir mit Episode 2, der machthungrige Pinguin. Ich weiß nicht ganz, warum das hier jetzt plötzlich Episode 2 heißt und die beiden anderen Story-Missionen oder Pakete oder was auch immer davor scheinbar zusammenhingen oder Episode 1 dann waren oder sowas. Die waren infall jetzt Episode 1 beschrieben, also keine Ahnung. Wir schauen jetzt einfach mal hier rein und schauen mal, ob wir Batgirl weiterspielen können. Ich denke es ehrlich gesagt nicht, aber wenn es funktioniert wäre natürlich ziemlich cool. Sie schon wieder. Okay, rein da. Mal schauen, ob das geht. Oh, Bluebird. Wow. Oh, Catwoman. Oh, jetzt fängt sie wieder mit den Legs an. Come on. Wow. Ah ja. Okay, was ist euer Plan? Jede Menge Pinguine auf die Welt loslassen. Äh, ja, 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 ja. Okay, eine riesige Fernsteuerung, die sozusagen die Pinguine alle aus dem Aldo oder so steuern kann. Äh, und dann wollen sie irgendwas überfallen? Oh, okay, keine Ahnung, klingt gut. Ah, und wird natürlich per Post verschickt. Das ist natürlich, ja klar. Wunderbar. Okay, fällt auch gar keinem auf, dass da plötzlich einfach so ein Paket rumliegt. Ja, okay. Alles klar. Wie es keinen lockt. Haha. Oh. Okay. Okay, tatsächlich haben wir sogar, äh, Catwoman als erstes als Gegnerin scheinbar. Interessant. Naja. Aus den, äh, Telltale-Spielen bisher kennen wir sie ja eigentlich mehr als Verbündete als als Gegnerin. Wobei, naja, so ein bisschen von beidem, ne? Aber mal schauen, mal schauen. Was wir jetzt in, äh, diesem Spiel von ihr zu sehen bekommen. Selina Kyle, auch bekannt als Catwoman, ist eine renommierte Katzendiebin mit einem Faible fürs Luxuriöse. Sie ist extrem flink und wendig und ihre Peitsche ist absolut tödlich. Gut, okay. Dann schauen wir doch mal, ob wir jetzt mit Batman oder mit Bad Girl kämpfen. Das wäre ziemlich cool, wenn wir mit Bad Girl kämpfen würden. Dann wäre es einfach so... Bitchfight. Ah, schade. Ach, Mano. Das hätte ich schon cool gefunden. Ja, ich glaube, während der Story können wir wahrscheinlich die Charaktere nicht wechseln. Nein, das geht wahrscheinlich nicht. Schade. Keine Sorge, Süße, ich fange dich schon rein. Gar kein Ding. Mhm. Gut. Na dann. Sie schon wieder. Okay. Alles klar. Ja, gut. Warum das Ganze jetzt hier Kapitel 2 heißt, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Es ist mir auch bisher noch nichts irgendwie anders aufgefallen als bei den anderen Episoden. Ups, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Kollegen, das ist jetzt irgendwie echt uncool, was ihr hier tut. Alter. Kannst du das lassen? Was sind das eigentlich? Sind das irgendwie Eisverkäufer oder warum haben die so komische hellblaue Mütze an? Äh, nicht Mütze. Shirt, was auch immer. Keine Ahnung. Äh, ja, aber da komme ich offensichtlich nicht ran. Hä, das ist einfach ein riesen Graffiti von ihr. Alles klar. Aber, also wenn sie das gemacht hat, dann nur ganz dezent selbstverliebt. Aber hey. Warum überall Charaktere, die hoch springen können, wenn man da rankommt? So ein Scheiß. Das habe ich doch nicht. Das ist doch Mist. Ah, da komme ich aber ran. Das ist doch schon mal schön. Da oben kommen wir vielleicht auch ran. Ja, aber da kommen wir nicht rein wahrscheinlich, weil wir da nicht hoch springen können. Oh, und ich kann es auch irgendwie nicht anvisieren. Cool. Hä, warum nicht? Ah, weil ich zu einer Damm war. Das ist auch irgendwie seltsam. So, man kann es nur anvisieren, wenn man weit genug weg ist. Schon ein bisschen strange. Die Latina kann ich auch anvisieren. Aha, okay. Ah ja, gut. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können, Leute. Ihr wisst, wie es ist. So, bin mir jetzt irgendwie gar nicht so ganz sicher, wo wir eigentlich hin sollen. Nach rechts oder links. Ähm. Hier sind auf jeden Fall irgendwelche Gegner. Das ist schon mal nicht so falsch dann wahrscheinlich. Gut. Das wäre ganz cool, wenn wir den Bombenanzug kriegen würden für Batman, weil dann könnten wir uns hier überall in die Goodies reinspringen. Ich meine, wenn nicht, dann halt nicht. Meistens sind diese Goodies eh bisher nichts gewesen und dann immer nur irgendwie die Stuts. Aber ich meine, hey. Haben oder brauchen, ne? Und dann doch lieber haben als brauchen. Ganz klarer Fall. So. Ah, da können wir irgendwas bauen. Okay. Das könnte irgendein Auto werden oder so. I don't know. Ne, ach klar. Das wird so ein... So eine Kurbel. Logisch. Ah. Okay. Ah, und da drin ist dann das Auto. Wow. Sehr gut. Okay. Ich war nah dran, ne? Ja. Gut. Anstatt das ganze Haus in der Garage zu lagern, kann man nicht einfach die Einzelteile da lagern. Auch absolut naheliegend. Äh. Naja. Hallo? Kann ich die... Wow. Das ist irgendwie eine unwürsichtbare Wand und ich kann dieses Tats nicht einsammeln. Alles klar. Dann halt nicht. Auch in Ordnung. Das ist aber ein schöner kleiner Rasenmäher. Oder was auch immer das jetzt ist. Keine Ahnung. Oh, ist aber einigermaßen flott. Ist da irgendwie langsamer aus, das Ding. Kann ich da oben jetzt ran? Ne. Ach, dafür muss ich den Gulli sprengen und dann kommt... Ey. Das Badmanskarre. Dann muss ich den Gulli sprengen und dann kommt da vielleicht irgendwie ein Luftstrom oder so raus. Keine Ahnung. Oh, warte mal. Hier können wir wahrscheinlich rein. Ja. Ja, natürlich. Das ist wieder ein Tausender wert. Dann machen wir das doch auf jeden Fall. So. Ah. Der Typ hätte beinahe die Karre versenkt. Alter. Was geht eigentlich falsch bei dir? Meine Fresse. Pass doch auf, wo du hinfährst. Äh. Okay. Das ist schön und gut. Aber damit kann ich jetzt noch nichts machen, glaube ich. Ne. Ne, ne. Dafür müssten wir einen Staubsauger haben. Aber wir haben gerade keinen Staubsauger. Dann halt nicht. So. Warum kann man da klettern? Keine Ahnung. Ähm. Würde mal sagen, wir probieren es am besten nicht aus. Junge. Alter. Lernen fahren. Vielleicht überlassen wir es doch wieder Batman in Steuer. Das, äh. Ansonsten ist die Karre nämlich nachher weg. Äh. Ja. Hi. Dankeschön. Alter. Nein. Du, du, nein. Du gehst da nicht mehr ins Steuer. Ernsthaft nicht. Dafür ist mir die Karre zu wertvoll. Was haben wir denn da eigentlich? Warum leuchten das alles so? Keine Ahnung. Einfach immer feste drauf. Ah ja, klar. Weil da so eine Plattform drin ist. Ich meine. Warum auch nicht. Ah. Was für eine Fähigkeit kriegen wir denn da? Vielleicht die, äh. Stammfahrfähigkeit hier. Diese Metallfuß, äh. Magnet-Dinger da, ne? Ne. 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 Geht's. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Was soll's. Egal. Ähm. Dann halt erstmal nicht. So. Sonst war hier nichts mehr in der Art, oder? Ne. Passt. Ah ja, gut Leute. Dann würde ich mal sagen, machen wir uns jetzt da rechts weiter und schauen mal, ähm. Ob wir vielleicht für Batman irgendwo die Bombenfähigkeit auftreiben können. Das wäre ganz cool. Hallo. Kannst du das kaputt fahren, bitte? Danke. Ich hoffe, man braucht so ein bisschen anlaufen, um das kaputt zu fahren. Weil manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Das ist irgendwie seltsam. Gut. Ah, da ist noch was zum Hochklettern. Und das kann ich nicht kaputt machen. Ist hier was? Nein. Normalerweise verstecken sie da, wo man es nicht sieht. Immer gern so tausender Stats. Aber diesmal scheinbar nicht. Okay. Warte mal, was ist das hier noch? Ah. Ach, wir können da schwimmen. Ah. Ja gut. Okay, mit diesen Magnetfüßen ist das vielleicht nicht die beste Idee eigentlich. Weil, ähm. Die dürften relativ schwer sein. Damit dürfte Schwimmen also relativ anstrengend bis unmöglich werden. Ah, wenn wir jetzt tauchen könnten. Da unten ist auch einiges noch. Können wir aber nicht. Hm. Verdammt. Den ganzen Scheiß hier können wir auch nicht bearbeiten. Ja, wir brauchen echt den Batman-Bombenanzug. Das wäre schon ganz cool. Also gut. Das Problem an Selina Kyle ist, die ist immer gern über Dächer und so. Sie ist relativ flink unterwegs. Das heißt, wir müssen ihr auch über Dächer und so folgen. Und das ist... Ähm. Das könnte durchaus anstrengend werden. Hallo? Kannst du... Ja. Siehst du, wenn man schon zu blöd ist, eine Leiter hochzuklettern, wie soll man dann einer Katze folgen, die über Dächer springt? Seien wir mal realistisch. Vielleicht sollten wir einfach gleich den Job an den Nagel hängen. Ganz ehrlich. So, danke. Aha. Geht doch. So. Ich möchte ganz kurz da reingucken. Warum vernageln die eigentlich alle ihre Fenster hier? Was ist denn hier los? Hallo? Kannst du... Das kann ich nicht anvisieren, aber das darf ich nicht anvisieren. Wo fliegt eigentlich dieser komische Batarang lang? Was zur Hölle? So. Ich gehe nochmal ganz kurz nach da unten, weil ich möchte die ganzen Stats einsammeln. So. Und dann wechseln wir wieder zu Robin, weil ich bin zu voll den Weg wieder nach oben zu klettern. Muss man einfach mal so sehen. So. Guck mal, ist das da oben auch noch? Mach das auf. Goddammit. Danke. Auch interessant, dass ich die Glasscheibe nicht zerschlagen kann, bevor ich nicht die Holzdinger da alle zertreten habe. Es erscheint mir auch nicht wirklich logisch, aber okay. Ah, verdammt. Ich wollte da in die untere Etage noch rein. Ja. Perfekt. Okay. Gut, es bringt uns... Nein! Der Tausende! Okay. Perfekt. Äh, bringt uns jetzt auch nicht so viel. Aha. Danke. Das sind die Legs wieder. Na komm. Okay. So. Haben wir sie. Gut, dann wahrscheinlich hier links weiter, ne? Ja, ja, ja. Sieht gut aus. Alles klar. Da will ich rein. Da komm ich aber nicht rein. Ach, da so... Ah, okay. Okay, hi. Ey, lässt du... Hallo? Kannst du... Ey! Hängt der sich da einfach hin und lässt sich abschießen. Kann nicht wahr sein. Okay, hier bräuchten wir den Schallanzug. Den haben wir jetzt leider auch nicht, was echt schade ist, weil da drin sind 10.000, das Dat. So, Mist. Hm. Vielleicht bekommen wir den irgendwann später noch und dann können wir hier zurücklaufen, wobei ich darauf dann eigentlich auch keinen Bock habe. Von daher... Ja, wird man sehen, ob wir das machen. Wahrscheinlich nicht. Also, wenn wir Superheld erreichen, dann passt es. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch das Mieter ist. Ich seh's grad nicht. Ähm... Oh, wir haben noch nicht mal die Hälfte. Ah! Könnte vielleicht knapp werden. Mal schauen, mal schauen. Also, geben wir denen einfach hier alle mal gut einen mit. So. Oh. Ich muss gar nicht hochkommen. Die kommen runter. Das ist aber freundlich. Warte mal. Diesen Starter hätt ich noch ganz gerne. Dankeschön. Ah! Da ist doch... Ah, nee, nee. Das ist aber der... Kannst du da... Goddammit. Mach dir das mal kalt. So. Das ist der Fliegenanzug. Der Gleitanzug. Wie auch immer. Ja. Gut. Auch in Ordnung. Aber jetzt nicht ganz, dass ich gebraucht habe. Was ist da hinten gerade gestorben? Okay. Kann ich da hin? Nee. Ah, doch. Oh. Okay. Ja gut. Brinkt jetzt aber nicht so viel. Na gut. Dann zertreten wir noch die ganzen Tonnen hier. Ah. Ich kick die ganzen Ratten weg. Ah. Okay. Jetzt habe ich es geblickt. Ja gut. Was soll es, ne? Wow. Die gleitet da einfach weg. Okay. Interesting. Bam, bam, bam. Nice. Leider geben die Ratten keine Stats. Von daher hat es nicht so viel Sinn, die Kalt zu machen. Aber ich meine, hey. Es geht. Also von daher, warum sollte ich es nicht machen? Voll asozial. Aha. Ein sehr stabiles Bauwerk. Wundervoll. Den haben wir. Sauber. Ähm. Können wir da rein? Warte mal, da können wir bestimmt rein, oder? Okay. Euch wollte ich eigentlich noch nicht hier haben. Andererseits. Was soll's. Ey. Kannst du bitte einfach schlagen und nicht den Batarang nutzen? Danke. So. Ähm. Und dann machen wir den. ganzen Schlunz da auch noch auf. So. Ach. Komm schon. Das eine Fenster ist jetzt auch noch. So. Auch noch mit aufmachen können. Okay, Leute. Und? Was ist da drin? Gar nichts. Das war einfach nur für die Stats. Okay. Cool. Alles klar. Na dann danke für gar nichts, I guess. Autsch. Scheiß Kerle. Okay. So. Zack, 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 zack. Der 1000 hat, glaube ich, auch mal gerade mal zwei gezählt. Das ist doch schön. Alter, die ganzen Dächer hier zertritt der. Meine Fresse. Da regnet es nachher noch rein. Dann gibt's Azure, du. Das sag ich dir. Wobei, ist ja nicht mein Haus. Eigentlich egal. Was soll's. Wobei wir in Anbetracht dessen, wie reich Bruce Wayne ist, könnte es durchaus sein, dass die dieser Laden gehört, ne? Wer weiß. Keine Ahnung. Okay. Hä? Wie zum Teufel können hier bitte Pflanzen wachsen? Das ist ein Betondach. Also, ich glaube, selbst das übelste Unkraut dürfte hier auf so einem flachen Betondach nicht so ohne weiteres wachsen können. Was zur Hölle? Aber gut. Einfach nicht drüber nachdenken. Das ist, äh, ja. Das ist halt einfach so. Kann man das kaputt machen? Ne. Oh. Oh. Und dann kriege ich jetzt dafür was? Ah, diesmal ist es ein Rasenmäher. Ja. Haha, stark. Okay. Äh, die Aktion war mega unnötig, weil wir haben ja erst Pflanzen gepflanzt, um sie nach wieder abzumähen. Aber ich meine, hey. Warum nicht, ne? Bringt Stuts und deswegen ist das auf jeden Fall eine gute Option. Ah, und so ein Drecksmini-Kit kriegt es auch noch. Na gut. Das ist, äh, ja. Das ist das erste, was wir, glaube ich, in dem Level 1 sammeln. Von daher, scheiß auf das Mini-Kit. Alter, der Rasenmäher ist ja mal mega lahm, ey. Oh, wir können... Ach, ernsthaft. Wir können uns nicht mal einsammeln. Warte, doch. Wir können ein bisschen tricksen, glaube ich. Achtung. Ähm. Oh, ne, weil ich nicht aufs Auto steigen kann. Echt nicht? Okay, dann können wir vielleicht anders tricksen. Und zwar so. Haha. Gotcha. Ja, gut. Schöne Sache. Oder so. Keine Ahnung. I don't know. Wir brauchen es nicht. Die ganzen Mini-Kids, die kriegen wir eh nicht voll. Also, was soll das? So. Haha. Ja, okay. Klar. Man hätte freundlich fragen können, ob du bitte aus dem Weg gehen kannst. Aber alternativ kann man den auch einfach runterboxen. Ich meine, klar. Dann gibt es halt einfach so einen Dropkick in die Fresse und dann ist es halt auch einfach gut, ne? Einfach mal schlicht im Schacht. Meine Fresse, ey. Kann doch nicht wahr sein. Ach ja. Ach ja, ach ja, ach ja. Okay. Ähm. Was ist das hier? Das kann man nicht kaputt machen. Nein! Okay, Batman. Ah, ne, warte. Stopp. Wir können die Abkürzung nehmen. Wir laufen jetzt nicht den ganzen Weg nochmal. Ich denke mal, wir gleiten einfach darüber. Ja. Okay, den Kram können wir nicht kaputt machen, leider. Äh, ne, warte. Ich muss hier runter. Oh, nein! Oh, okay. Gott sei Dank ist hier Boden. Alter. Huiuiui. Ah, warte mal. Was können wir denn da machen? Ah! Damit holen wir Robin rüber, wahrscheinlich. Äh, ja. Bisschen so aus. Okay, warte. Actually. Oh mein Gott. Der kann da jetzt kopfüber dran laufen. Lol. Was zur Hölle? Okay. Zack. Richtig schön zertreten. Geil. Haben wir die Satz bald mal voll? Ne, immer noch nicht. Das sind doch locker über 100.000, die wir dafür brauchen. Ey, krass. Da ist noch ein Minikit. Das ist mir echt egal. Oh, da ist ja Badwoman. Äh, Badwoman, genau. Wie heißt sie noch gleich? Catwoman. Au. Du Arsch. Wer hat mich da gerade getötet? Was, die Ratte? Oh nein, hier kämpfen wir es nicht gut. Da sehe ich nichts. Ah. Da. Friss. Äh, okay. Das war es auch schon erstmal. Sie zieht ab. Oh, hinter dem blöden Tanker ist auch ein 10.000er. Den können wir auch nicht einsammeln, weil wir diesen blöden Tank da nicht wegbekommen. So ein Mist. Was habe ich mit Robin jetzt? Warum bleibst du eigentlich die ganze Zeit da hängen, Junge? Bist du blöd? Bewegt deinen scheiß Arsch hier runter. Danke. Meine Fresse. Okay. So. Oha. Das ist ja mal ein Empfang. Alles klar. Ah, der drüben lebt noch, oder? Ach, komm, dein Ernst. Oh, was kriegen wir denn da vorne? Ach, wieder diesen Steueranzug für Robin. Okay. Interessant. Ähm, ich glaube, wir müssen erstmal was bauen, dass Robin überhaupt hier rüber kann, oder? Ja. Nein, der Tausender fällt in die Hölle. Warum? Was ist das schon wieder für ein Betrug? Mann, ey. Oh, Moment. Bevor wir wechseln, gehen wir erstmal hier hoch. Das ist vielleicht gar nicht so dumm. Ah, da ist der Bombenanzug. Jetzt schon. Ja, super. Toll. Jetzt laufe ich nicht mehr zurück zu den Goolies. Ganz sicher nicht. Kannst du knicken. Oh, Moment. Ah. Mhm. Hm, okay. Das ist interessant. So kommen wir ran. Jawohl. Nice. So, dann möchte ich ganz kurz jetzt nochmal schauen. Da geht es dann wahrscheinlich gleich weiter oder so. Ich weiß nicht genau. Dann hole ich mir jetzt erstmal den Bombenanzug wahrscheinlich. Ja. Weiß nicht, ob wir jetzt den Flieger oder den Bombenanzug eher brauchen. Deswegen, keine Ahnung. Ha. Ich glaube, wir brauchen 110.000 für den Superheld. Scheiß direkt da. Gut. Das hier bräuchte ich den Glasanzug wahrscheinlich, um das frei zu sprengen. Von daher, keine Option. Aber wir können das da frei sprengen. So. Und dann können wir da irgendwas bauen. Äh, was zum Teufel ist das? Ach, das ist ein ferngesteuertes Auto. Und das können wir fernsteuern, wenn wir uns mit Robin diese Fähigkeit da unten abholen. Oha. Hi. Ja. So. Genau. Und jetzt können wir mit dieser Leiter da hoch. Und den ganzen... Batman, kannst du einfach aus dem Weg gehen, bitte? Kannst du... Was zur Hölle? Ja, okay. Dann halt so. Alles klar. Dann halt kompliziert. Ich meine, warum auch einfach, wenn es kompliziert geht, ne? Ist schon okay. Da rein. Ach so. Ah, wir müssen das gar nicht so schön. Wir müssen einfach nur da reinfahren. Ah, cool. Okay. Interesting, I guess. So. Den ganzen Scheiß haben wir ein. Sauber. So. Und dann müssen wir diese Plattformen da aktivieren, nehme ich an. Ähm. Ja. Einmal. Und die zweite auch gleich noch. Sehr gut. Äh, ja. Genau. Okay. Mh. Hm, 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 hm. Guck ich denn hier oben noch ran? Ne. Jetzt haben wir den Gleiter nämlich nicht mehr. Scheiße. Ja gut. Dann sprengen wir einfach mal den Kram hier. Was auch immer das jetzt plötzlich ist. Das war vorher nicht da. Ja. Der Kerl, ey. Der Kerl. Ist das eine Eli? Das ist eine Eli. Ein Einbarn. Wow. Okay. Holy fuck. Der geht aber ab, ey. Okay. Ähm. Wo wollen wir damit hin? Können wir hier landen irgendwie? Ah. Okay. Oh, ich habe ihn geschrautet. Ups. Hm. So. Äh. Achso, das sind Ratten, die wir da gerade treten. Okay. Ich habe mich schon gerade gefragt, was das ist. Alles klar. Das ist ein Schalter. Der macht was? Ah, der macht das da auf. Okay. Dann ist das der andere Schalter. Der macht das dann in. Ach so. Ja. Okay. Robin, kannst du bitte herkommen? Robin, kannst du bitte herkommen? Warum stehst du da hinten? Was ist los bei dir? Ha. Ja. Oh. Redermäuse? Okay. Wollen wir jetzt da runter oder wollen wir da hoch? Ich weiß es nicht genau. Ich will jetzt erstmal da hoch. Okay, das können wir nicht kaputt machen. Dann gehen wir da runter. Oh. Ja. Okay. Hi. So. Die Tausende da nehmen wir auf jeden Fall mit. Yes. Nice. Das ist immer ein Superheld. So. Und dann hoffe ich mal, dass jetzt auch gleich Catwoman eigentlich kommt. Dann wird das jetzt eigentlich ganz gut passen, so. Oh. Okay. Ah, da ist er. Wo hat der gerade gesteckt? Das Flop-Geräusch klang gerade sehr verstörend. Ahem. Okay. Diskutieren wir das einfach nicht weiter aus und akzeptieren einfach, dass der irgendwo in der Hosentasche war, ja? In Ordnung. Ahem. Alles klar. Oh Mann, ey. Habe ich mir da alles ins Spiel freigegeben? Ich glaube, er war in der Hosentasche. Ach ja. Gut. Wo treibt man solche riesen Diamanten eigentlich immer auf? Warum sind die nicht nur irgendwelchen Hochsicherheitstresoren? Warum liegen die einfach bei Privatleuten im Haus? So. Was ist das? Meine Fresse. Äh. Ja, genau. Die Bombe wollte ich da hinsetzen. Absolut richtig. Oh. Ich glaube, die macht gleich Stress. Ne. Sie guckt mir einfach zu. Hä? Was ist denn bei ihr schief? Sie guckt mir einfach nur zu. Warte mal. Wenn sie nochmal runterkommt, dann kann ich sie sprengen. Ah, ne. Ja, alternativ sprengen wir einfach Robin und, äh, ja. Ähm, ja. Gut. So. Kannst du bitte jetzt endlich mal da bleiben? Ey. Verdammt Axt. Danke. So. Jetzt gibt es aufs Maul. Zack, zack, zack. Jawohl. Sauber. Dafür, dass man keine Frauen schlägt, hat Batman schon ganz schön viele Frauen verprügelt. Kann das sein? Glaube schon. Also, ich meine Harley, Ivy, äh, hier, Selina Kyle. Also, pfff. Es sind schon einige, so. Ach, komm, müssen wir jetzt echt die ganze Zeit hin und her touren? Oh, Mann. Komm schon. Das muss doch nicht sein, Mädel. Das muss doch nicht sein. Gib doch einfach auf. Nein, da geblieben. Jawohl. Jawohl. Geil, gleich zweimal. Komm schon. Komm schon. Nein. Oh. Ich krieg dich doch sowieso. Wo ist das jetzt schon für den? Ah, da unten. Oh, jetzt ist er wieder oben. Ey, Robin, wollen wir uns vielleicht so machen? Du bleibst oben und ich geh runter oder so in der Art und dann können wir uns aufteilen und können schnell hin und her switchen so. Und immer der, der gerade da ist, der macht sich dann einfach kalt. Wäre das nicht vielleicht viel klüger? Alternativ können wir natürlich auch einfach die ganze Zeit die Gegend trennen, ja. Klar. Gute Idee. So. Einmal. Nochmal. Ja, komm. Letzter, letzter, letzter. Nein. Komm schon. Komm schon. Nein. Hin als ob. Kommst du her jetzt? Du Sau. Wir hätten so eine Hundeleine mitnehmen sollen. Ich meine, das ist doch eine Katze, aber man kann auch Katzen anleihen. Also scheiß drauf. Yes. Haben sie. Ja, genau. Den Diamant will er trotzdem noch haben. Ja, danke dafür. Oh. Dein Ernst? Egal, eigentlich lassen können wir die trotzdem. Ach ja. Toll, jetzt müssen wir diese Riesenkatze jagen oder was? Ganz toll. Weil vielleicht sah die auch nur aus dieser Perspektive so riesig aus, weiß nicht. Gut. Ja, Superheld sind wir auf jeden Fall. Gar kein Ding. Mhm. Vielleicht kriegen wir das Kit da doch noch vollständig. Weil wenn es jetzt hier auch wieder fünf Level gibt, dann schaffen wir das. Ha. Aber dann müsste es eigentlich mehrere Kits geben, oder? Weil ich meine, was passiert denn, wenn man in allen Leveln Superheld ist? Das muss ja auch noch irgendwas bringen eigentlich. Keine Ahnung. Was auch immer. So, Minikid. Ja, das haben wir definitiv nicht gesammelt. Ja, dankeschön. Gut. Dann, ähm, was haben wir denn in der Partlänge? Ja, 25 Minuten. Dann gehen wir jetzt nicht mehr in den nächsten Level rein. Das würde nichts bringen. Ganz sicher nicht. Dann machen wir vielleicht lieber nochmal kurz einen Besuch in der Bad Höhle. Und schauen nochmal ganz kurz, äh, was man da noch so machen kann. Beziehungsweise, wo man noch Geld ausgeben kann. So. Ja. Okay, jetzt heißt das Ganze auch nicht mehr Kapitel 2. Jetzt heißt es einfach nur, der macht hungrige Pinguin. Aha. Das heißt, vielleicht stand bei dem anderen Original auch mal Kapitel 1 dabei. Aber wir haben das nie gesehen, weil wir ja direkt damit gestartet haben. Und deswegen war es für uns immer selbstverständlich so, dass wir halt da spielen. Das kann durchaus sein, ja. Naja, das kann durchaus sein, dass es irgendwie so ist. Ist ein bisschen seltsam, dass man das jetzt so unterteilt. Gibt es noch ein Kapitel 3, oder war es das dann nach dem Kapitel? Ich schaue nochmal ganz kurz, ob hier noch irgendwas anderes steht. Also da hinten ist ja noch dieser Schalter für die, ähm, Bösewichte. Ne, wo war denn der? Ach, war der auf einem anderen Level oben? Ja, ja, der war auf einer anderen Ebene, glaube ich. Okay. Ja, gut. Ähm, dann können wir da wahrscheinlich die Gangster dann spielen. Das ist schön und gut. Ah, hi. Ich möchte dich gerne steuern, danke. So, hier. Achso, das geht auch nur nach oben, okay. Ja, gut. Ähm. Okay, wir gehen erstmal zum Computer und kaufen nochmal ein bisschen was ein. War das eigentlich ein Handelset gerade, welches ich hier zerstört habe? Hm. So, Storyclips, da kann man die auch nochmal angucken, oder wie? Ah, ja. Krass. Krass. Da haben wir schon ganz schön viele. Wie viele fehlen uns noch? Oh, aber einige, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Boah, krass. Okay. Naja, gut. Äh, halt, ich wollte nur einkaufen gehen. Danke. Äh, Anzugs-Upgrades. Jawohl. Achso, nee, da geht immer noch nichts. Warum geht da doch uns so wenig? Was ist das denn? Was ist Daten eigentlich? Nö? Badman hat eine Kollektion an antiken Rüstungen in der Batheel als Teil seines Studiums der Militärgeschichte. Die Kollektion beinhaltet Rüstungen europäischer Ritter, Wüstennomaden und Samurais verschiedener Jahrhunderte. Hä? Was ist das? Wieso? Hä? Achso, das, ach, das können wir kaufen, dann wird das oben in dem, äh, Dings ausgestellt, wahrscheinlich. Oh. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Das wird jedes Mal tausend teurer. Ja, leck mich fett. Was soll denn der Bullshit? Wie viel ist das? Äh, ja. Okay. Ha. Vielleicht kaufen wir erstmal die sinnvollen Dinge. Ja, zum Beispiel Privatjet, genau. Die sinnvollen Dinge im Leben halt. Kaufen wir einen Privatjet. Okay, haben wir das geklärt. Ähm, alles klar. Interessant. Gucken wir noch andere Charaktere. Fischverkäufer. Oh, von mir aus. Kostmechanics. 4000, ja. Billig. Billig, billig. Pinguin Schläger, Pinguin Handlanger. Ich hätte gerne den Pinguin selber. Aber den kriegen wir nicht. Polizeiauto, Polizeimotorrad. Oh, langweilig, langweilig, langweilig. Kommen wir mal in die Extras nochmal rein. Okay, Tarnung. Extraaktivierung. Machen wir doch das mal. Ich weiß nicht, was das ist, aber wir machen das jetzt einfach mal. Okay, der Rest ist gesperrt. Dann könnten wir jetzt hier noch schauen, dass wir Tarnung mitnehmen. Weiß ich nicht. Klingt eigentlich relativ useless. Lassen wir erstmal. Dann schauen wir lieber noch mal hier bei Daten und kaufen jetzt einfach mal den Scheiß da. Der Badanzug besteht aus dreifach gewobenem Kevlar, das hauptsächlich um das Badsymbol auf Batmans Brust angeordnet ist, da dieser Bereich oft das Ziel von Angriffen ist. Ah, nein. Das sind nicht irgendwelche Dinge, die ausgestellt werden oder sowas, sondern das sind einfach wirklich einfach so random Facts über Batman sozusagen. Ah, dann ist das ziemlich cool. Dann ist das sogar ziemlich cool eigentlich. Rasal Ghouls Tochter Talia ist in Batman verliebt, aber ihre Loyalität zu ihrem Vater treibt einen Keil zwischen sie und Batman. Oh, das ist interessant. Ich wusste nicht, was der Typ mit Tochter hat. Okay. Der Badanzug verfügt über ein elektrisches System, das im äußersten Notfall dazu benutzt werden kann, um Feinde auszuschalten. Aha. Okay. Ah, Moment. Soll das heißen, das Ding sprengt sich dann selber? Okay. Der Badanzug besteht aus... Achso, das haben wir ja gerade gehabt. Gut, dann nehmen wir das dann noch. Der echte Name des Pinguins ist Oswald Chesterfield, Corbillpot. Ja, das wussten wir auch schon aus Batman The Telltale Series. Schaut auch da gerne vorbei, wenn ihr dazu mehr sehen wollt. Dem Pinguin gehört die Iceberg Lounge, ein Nachtclub. Aha. Der Wayne Tower wurde 1939 gebaut, ist 78 Stockwerke hoch und ist Gothams höchstes Gebäude. Cool. Gotham City kann Batman in Notsituationen erreichen, indem ein Scheinwerfer mit dem Bad Symbol gegen Himmel gerichtet wird. Ja, ich glaube, das sollte eigentlich jeder irgendwie wissen. Also, selbst wenn man jetzt nicht der Batman-Fan schlechthin ist, sollte einem das bewusst sein, wie es funktioniert. Haha. Der Riddler heißt in Wirklichkeit Edward Nygma. Auch das wissen wir schon. Der vollständige Name des Arkham Asylums ist The Elizabeth Arkham Asylum for the... The Elizabeth Arkham Asylum for the Criminal Insane. Das wusste ich nicht und das ist ein krass langer Name. Kein Wunder, dass das Ding nur Arkham Asylum genannt wird. Okay. Und das Holz, aus dem die Scarface-Attrappe gemacht wurde, ist von Gallows Tree in Gotham, wo Gefangene des Gotham-Blackgate-Gefängnisses die größte aller Bestrafungen erhielten. Was für eine Scarface-Attrappe? Okay. Keine Ahnung. Dick Grayson wurde von Batman zum ersten Robin gemacht. Nach Jahren der gemeinsamen Verbrechungsbekämpfung mit Batman wurde er zum Einzelgänger mit der Identität des Nightwing. Ach was. Ach was. Okay. Krass, wusste ich auch nicht. Interesting. Echt interessant, was mir so dazulernt. Krass, krass, krass. Nightwing hat Battle Ranks zu den sogenannten Wingdings modifiziert. Die Wingdings. Ah ja. Alles klar. Da muss ich los. Bruce Waynes Eltern wurden um 22.47 Uhr ermordet, was die Zeit darstellt, die er in eine Wanduhr im Wayne-Anwesen eingibt, um zur Badhülle zu gelangen. Cool. Also, naja, geht so, ne? So Eltern ermordet ist natürlich ein bisschen uncool, aber der Effekt ist cool. Alles klar, Mensch, krass. Gut, Leute, ich würde sagen... Machen wir noch einen? Machen wir noch einen? Ja, einen machen wir noch. Tim Drake war nur neun Jahre alt, als er Batmans wahre Identität herausfand, was ihn zu dem nächsten Robin machte. Krass. Warum nennt er die eigentlich alle Robin? Ich meine, die heißen die offensichtlich nicht normalerweise Robin. Also, warum werden die Robin genannt? Ist das eine Abkürzung für irgendwas oder ist das... Keine Ahnung. Hat das irgendeinen historischen Verlauf? Warum heißen die Robin? Hm. Wer weiß. Vielleicht kriegen wir das auch noch irgendwann raus bei diesen Daten da. Ja, ist auf jeden Fall sehr interessant, was man da so alles lernt. Also, hey. Coole Sache, dass das geht. Dann würde ich sagen... Ähm... Das war's für euch jetzt erstmal. Schaltet gerne im nächsten Part wieder ein. Wenn wir dann weiter mit der Story vom Pinguin machen... Äh, lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn euch der Part gefallen hat. Ein Abo, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.